Wenn auch du dir die Frage stellst, wäre es nicht unglaublich toll, wenn mein Produkt im Einzelhandel zu kriegen wäre. Also wenn dein Produkt, wenn es zum Beispiel ein Kosmetikprodukt ist oder ein Nahrungsergänzungsprodukt ist oder ein Produkt, was eine Wirkung auf dein körperliches Wohlbefinden hat. Wenn dieses Produkt in der Apotheke wäre, das wäre doch gigantisch, oder? Oder wäre es nicht unglaublich toll, wenn du in der Lage wärst, einen Apotheker zu finden oder ganz viele Apotheker zu finden, die sagen, ja genau dieses Produkt, das hat uns noch gefehlt, das würden wir super gerne bei uns in dieser Apotheke verkaufen. Wäre das nicht ein schöner Gedanke? Wenn du verstehen möchtest, warum dieser Gedanke eine sich nicht erfüllende Utopie ist, warum das nicht funktioniert, warum mit der Idee, dein Produkt in den Einzelhandel zu geben, zwei Systeme aufeinander kommen, die überhaupt nicht vereinbar sind, dann bist du hier heute ganz richtig in diesem Morning Call mit Markus Midka aus Köln und auch in dieser Podcast-Aufzeichnung von DenkWR Network. Einen schönen guten Morgen an diesem Samstag, dem 11. Mai 2019, 11. Mai 2019 aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ich bin wieder unterwegs, diesmal ein Familienwochenende, weil meine Eltern beide älter geworden sind. Wir werden alle älter, aber sie hatten beide Geburtstage im Frühjahr. Und jetzt haben wir uns gefunden als Familie und verbringen hier leider im Regen ein wunderbares Wochenende. Ich habe euch gestern versprochen, dass wir heute über die Apotheke sprechen. Die Apotheke ist natürlich eine Platzhalte. Du könntest die Apotheke auch gleichsetzen mit Elika oder Rewe. Oder du könntest auch hergehen und könntest dir, wenn du ein Produkt hast, wenn du Hundefutter vielleicht vertreibst, könntest du dich mit Fressnapf oder mit anderen Hundepattern-Toy, gibt es glaube ich auch noch, so Ketten vereinbaren. Oder wenn du einen Kaffee vertreibst, könntest du dich fragen, ob nicht dein Produkt auch bei Chibo wunderbar gelistet werden könnte. Und dann würde der Herr Chibo ein bisschen mehr Geld verdienen, weil er jetzt auch noch Network-Marketing hat. Aber ich habe mich für heute für die Apotheke entschieden. So, weil ich, was immer wieder passiert mir eins. Folgende Situation hat sich auch letzte Woche ergeben. Da kommt eine Person zu mir und sagt, Markus, ich habe ein Problem. Weil ich habe die Frage, was ist deine größte Hürde? Was ist dein größtes Problem im Network-Marketing? Und letzte Woche war das größte Problem, ja, Markus, ich brauche mehr Mut. Ich sage, wofür? Ja, ich traue mich nicht. Ich traue mich zum Beispiel überhaupt nicht in eine Apotheke zu gehen und mein Produkt vorzustellen. Und ich sage so, ja, warum solltest du das nicht tun? Ja, damit die Apotheke das verkauft, damit die Apotheke mehr Umsatz macht. Ich sage, ah, du gehst also über die Straße und denkst dir, oh, da ist eine Apotheke. Ich wünsche mir so sehr, dass die mehr Umsatz macht. Verzeihung. Und dann lacht die Person mich so an und sagt, ja, nee, ich möchte schon mehr Umsatz machen. Ich möchte ja, dass mein Geschäft endlich anläuft. Ich möchte ja, dass mein Geschäft endlich funktioniert. Ich sage, okay, das heißt, du möchtest also mehr Umsatz machen und siehst eine Apotheke und denkst, ah, die Apotheke, wenn die mein Produkt verkauft, dann werde ich ja super erfolgreich. Ja, wenn die Apotheke, einfach nur, da kommt jemand in die Apotheke rein und sagt, schönen Tag. Und dann sagt die Apothekerin oder die Angestellte der Apothekerin, ach, wir haben hier ein ganz besonderes Produkt und zeig dein Produkt und verkaufe dein Produkt dem Kunden. Und dann nimmt der Kunde, kauft das Produkt in der Apotheke und nimmt es wieder mit. Und du hast dann natürlich einen Erfolg erzielt. Ist das die Vorstellung von dir? Ja, finde ich toll. Dann habe ich gesagt, wie kommt denn das Produkt in das System der Apotheke? Wie meinst du das? Die Apotheke hat doch ein System. Die Apotheke hat doch, also wenn ich das, wenn ich in der Apotheke bin, guckt die Frau immer in einen Bildschirm. Ich bestelle ein Produkt und sage, haben Sie das da? Und dann guckt die in den Bildschirm und dann sagt sie, ja, haben wir da oder können wir ihn bestellen bis 13 Uhr oder bis 18 Uhr. Und bei meiner Apotheke ist das so, dass die das sogar auch, die einfach nur sagt, ich tippe das ein. Und dann fällt das hinterher, da haben die so ein wahren Wirtschaftssystem. Und dann fällt das praktisch hinter der Frau in so ein Kästchen. Das ist also irgendwie automatisiert. Vielleicht steht da auch einer, der das aus dem Lager nimmt oder reinwirft. Weiß ich nicht. Also für mich aus Kundensicht fällt das einfach hinter der Frau in so ein Kästchen. Die setzt sich rum und sagt, hier ist ihr Produkt und ich bezahle das. Ich habe gesagt, wie kommt dieses Produkt in die Apotheke? Das konnte sie mir nicht beantworten. Ich habe gesagt, ist das so, dass das Produkt irgendwie, das muss ja irgendwie in das wahren Wirtschaftssystem. Sitzt dann die Apotheke da und nimmt dein Produkt von deiner Firma und sagt, so, jetzt haben wir wieder fünf Stück bestellt. Jetzt müssen wir die irgendwie eintragen. Wie kommen diese Systeme zueinander? Also die Frage konnte sie mir nicht beantworten. Ich habe da eine andere Frage gestellt. Und ich habe gesagt, was erklärt denn der Apotheker seiner Mitarbeiterin, der Apothekenanstalten, die vielleicht auch Apothekerin ist, aber die bei ihm arbeitet, dass er jetzt ein Network-Marketing-Produkt im Laden hat, dass das anders zu behandeln ist als andere Produkte und dass, wenn es bestellt werden muss, dass nicht über diesen, denn jede Apotheke ist ja an so einem Großhandel angeschlossen. Deshalb würde ich, würde ich ja auch funktionieren, wenn mein Medikament nicht da ist, dann kommt das ja innerhalb der nächsten zwei, drei Stunden ist es ja da. Ich kann das ja mittags oder abends um 18 Uhr, wenn die Apotheke bis 19 Uhr aufhört, kann ich das ab 18 Uhr abholen. Das heißt, wie erklären wir das denn? Ihr wisst, wo es darauf hinausläuft. Ich wollte der Person, mit der ich gesprochen habe, eine Selbsterkenntnis verschaffen. Weil ich glaube, das ist noch wichtiger, wenn man selber versteht, warum etwas nicht funktioniert. Und spätestens in dem Moment, als er verstanden hat, dass der Apotheker, der sich vielleicht für dein Produkt interessiert und es dann in seine Apotheke stellt, dass er ja, wenn er sich selber die Frage, wie dupliziert sich das jetzt, dass er ja in der Apotheke seinen Mitarbeitern das erklären muss, wie das funktioniert. Und er hat wahrscheinlich auch rechtliche Rahmenbedingungen, dass ein Apotheker, der hat ja, es gibt ja Gründe, warum man immer sagt, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das heißt, der Apotheker hat immer den Status eines Fachmanns. Also hat der Apotheker auch ein paar Rahmenbedingungen. Und wenn also der Apotheker dein Produkt aufnehmen sollte und es verkaufen sollte und dann seine Mitarbeiter, die auch in der Apotheke arbeitet, informiert, müsste er sich ja komplett ins Network-Marketing-System involvieren, weil er ja erklären muss, ha, du kannst nämlich jetzt auch bei mir Vertriebspartner werden. Du mein Mitarbeiter. Jetzt hast du einen Mitarbeiter in der Apotheke, den machst du zu deinem Network-Marketing-Vertriebspartner und erklärst ihm den Marketingplan. Und dann hast du die erste Situation, dass du dich fragen musst, arbeitet der Mitarbeiter jetzt in meiner Apotheke immer noch dabei, immer noch daran, meine Kunden richtig zu informieren über das, was der Arzt gesagt hat, was der Arzt verschrieben hat oder haben meine Mitarbeiter plötzlich die Aufgabe, mein Network-Marketing-Produkt zu empfehlen und praktisch in Konkurrenz sich zu stellen zu den Pharmaprodukten, die dort sind. Das konnte sie mir auch nicht beantworten. Ich sage, das Nächste ist, dass in einer Apotheke jeden Tag Dutzende von Vertriebsplanern einlaufen, die von der Pharmaindustrie kommen, die Apotheke mit Werbekostenzuschüssen und wie auch immer ausstatten. Die sagen, wir wollen die Platzierung, wir haben eine Aktion, wir sind ein Nahrungsergänzungsmittel, wir sind ein kosmetisches Produkt, wir sind ein OTC-Produkt, also OTC heißt Over-the-Counter, was ohne Rezept vertrieben werden kann, wie zum Beispiel Kopfschmerztabletten, Aspirin und solche Sachen. Das System Apotheke ist ein komplett in sich geschlossenes Handelssystem. Und ein Handelssystem ist ein komplett anderes System als das Network-Marketing-System. Und deshalb möchte ich gerne diese beiden Systeme nochmal miteinander vergleichen. Wenn du ein Handelssystem hast, so ist ja das, was wir alle kennen, hast du ein Produkt, nehmen wir mal dieses Wasser hier als Produkt und du hast in diesem Wasser, gedanklich sind in diesem Wasser viele Dinge enthalten. Es ist einmal das Produkt selber enthalten, in diesem Fall ist es Wasser, aber es ist auch was anderes enthalten. Es ist natürlich die Verpackung des Produktes enthalten, es ist aber auch enthalten, dass dieses Produkt neben seinem Warenwert auch einen Wert braucht, um es zu vertreiben. Es muss über eine gewisse Struktur vertrieben werden. Es muss in einen Großhandel, vom Großhandel muss es in den Einzelhandel, weil ich bin jetzt hier in einem Hotel, wie ist das Wasser hier in das Hotel gekommen? Das ist ja nicht vom Fabrikbesitzer, Wasserhersteller, hier in diesem Fall ist das Apollinaris, Vio, der hat ja nicht in diesem Hotel hier angerufen, sondern das hat wahrscheinlich ein Außendienstler gemacht, der mit seinem Auto hier vorgefahren ist und hat dieses Hotel überzeugt, doch das Wasser zu nehmen. Dieser Außendienstler ist bei einer Firma beschäftigt. Diese Firma bezieht das Wasser wahrscheinlich auch nicht direkt von Apollinaris, sondern von einem Getränkegroßhändler, der irgendwo in der Gegend hier sitzt. Das heißt, wir haben schon mal den Hersteller, wir haben wahrscheinlich einen, wenn es ein ausländisches Produkt ist, hätte man auch einen Generalimporteur fürs Land. Und dann hast du einen Großhändler und dann hast du einen Zwischenhändler, also nicht immer, aber es könnte so sein. Und dann hast du den Einzelhändler, der das Produkt letztendlich hat oder den Verbraucher, sprich das Hotel hier in diesem Fall. So, in diesem Kontext haben wir in diesem Produkt einen Warenwert und einen oberen Teil, einen Teil, den nennen wir Vertriebskosten. Zusätzlich zu den Vertriebskosten wird aber noch was anderes drin sein, weil wir brauchen auch noch Marketing, wir brauchen auch noch diesen Teil, den wir Werbung nennen. Bei vielen Produkten ist es ganz auffällig, da muss Werbung gemacht werden, damit die Produkte überhaupt gekauft werden. Denk mal an Coca-Cola, an Werbespots von Coca-Cola, an den Cola-Leitmann, denk mal an den Coca-Cola-Truck, der durch die Gegend fährt. Und ich glaube, man kann sagen, dass man, wenn man zum Beispiel das Produkt Coca-Cola nimmt, es sollte man immer gesagt, es ist ungefähr 1% Warenwert in der Flasche Coca-Cola und 99% Vertriebskosten. Und als ich Network Marketing kennengelernt habe, hat man mir gesagt, Markus, das hier ist das Handelssystem, aber gegen das Handelssystem, es gibt eine andere Vertriebsform für Produkte. Es gibt nämlich Firmen, die machen überhaupt keine Werbung und reduzieren ihre Vertriebskosten auf ein Minimum. Und das geht, indem sie Empfehlungsmarketing machen. Nehmen wir jetzt mal hier ein anderes Produkt. Das Produkt hier, das ist natürlich jetzt ein Beispiel, ist ja auch die gleiche Firma, aber dieses Produkt hier ist ein Empfehlungsprodukt aus dem Network Marketing und hat per se erstmal einen höheren Warenwert. Weil das Produkt wird hergestellt, es ist wahrscheinlich ein erklärungsbedürftiges Produkt, ein Produkt, was ganz besondere Inhalte hat, was ganz besonders zusammengesetzt ist, was eine ganz besondere Wirkung hat. Und dieses Produkt kann sich eigentlich nur verbreiten, indem jemand, der Ahnung von dem Produkt hat, es einem anderen erklärt. Und der dann sagt, wow, das wäre ganz cool, wenn das wird. Und in der Regel wird dieses Produkt doch immer nur dann angeboten, wenn der andere einen Bedarf hat. Wenn der andere sagt, ich brauche das. Wenn es ein Produkt ist, was mit deiner Haut was macht, wenn es ein Produkt ist, was besser was gut reinigt, wenn es ein Produkt ist, wenn es ein Getränk ist, was eine bestimmte Wirkung auf dich hat, was auch immer. Das muss ja irgendwie erklärt werden. Du kannst ja nicht einfach nur draufschreiben, ist gut, weil du würdest du ja wieder für das Produkt Werbung machen. In der Regel ist dieses Produkt sehr neutral. Es steht zwar im Produktname drauf, aber man sagt, im Network Marketing im Vertriebsweg ist, man hat 50% Warenwert, damit garantiert das Produkt auch, dass es hochwertig und höchstwertig ist. Und die anderen 50% gehen direkt an die Menschen, die das Produkt empfehlen. Deshalb heißt es Empfehlungsmarketing. Es geht natürlich nicht alles, nicht der gesamte 50%-Satz an eine Person, sondern es wird in einem sehr intelligenten System so verteilt, dass eine Vertriebsstruktur, die aufgebaut werden kann, auch Sinn macht. So, wir haben also nur zwei Elemente. Wir haben also hier Warenwert und Vertriebskosten, die man in einem Marketingplan zusammenfasst. Und bei dem anderen Produkt haben wir Warenwert und ganz viele Vertriebskosten. Und diese Vertriebskosten beinhalten ganze Vertriebsstruktur, Zwischenhändler, Importeur, Einzelhändler und so weiter. Und die Werbung, die ausgestattet werden muss. Das heißt, wir haben zwei Systeme, die überhaupt nicht übereinkommen, weil sie unterschiedlich funktionieren. Und wenn du jetzt hergehst und nimmst dein Produkt und sagst, ich möchte mein Produkt, was ein Empfehlungsprodukt ist, ich möchte es in eine Handelsstruktur integrieren, ist das ungefähr so, als würdest du Wasser und Öl versuchen zu vermischen. Wasser und Öl kannst du nicht vermischen. Du kannst es zwar mal ordentlich rühren, dann hast du eine Emulsion, aber eigentlich verteilt sich, Wasser schwimmt immer auf Öl und die verteilen sich nicht, die passen nicht zueinander. Und der einzige Grund, warum du das machen möchtest, der einzige Grund, der dich motivieren könnte, diese beiden Systeme zu vermischen, ist, du suchst eine Abkürzung. Du möchtest gerne, dass dein Geschäft schneller funktioniert. Und du glaubst, du bist super clever, wenn du hergehst und sagst, ha, 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 ich habe es verstanden. Ich nehme jetzt mein Empfehlungsprodukt und gehe mal zu Rewe und rufe den Herrn Rewe an. Den gibt es natürlich nicht. Rewe ist eine Aktiengesellschaft, das ist ein Kunstname. Ich rufe aber trotzdem mal den Vorstandsvorsitzenden an und sage, hören Sie mal, Sie wollen doch bestimmt ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Ich habe da ein tolles Produkt. Ich bin nämlich jetzt Vertriebspartner bei der Firma Ypsilon. Und die Firma Ypsilon, die hat ja mal das Knallerprodukt schlechthin. Und wenn Sie dieses Produkt in Ihren Laden stellen, werden Sie sofort sehr, sehr erfolgreich. Ich hoffe, dass das Bild an sich schon deutlich macht, dass das nicht funktionieren wird. Weil der wird sagen, okay, und wie soll ich das jetzt machen? Wo kriege ich das Produkt her? Wie viel muss ich davon bestellen? Wie viele tausend Paletten muss ich bestellen, damit ich das in alle meine Rewe-Läden in ganz Europa listen kann? Kann nicht funktionieren? Ist der Suche? Ist die Suche nach einer Abkürzung? Also das heißt, ein Network-Marketing-Produkt gehört nicht in den Handel. Es gibt aber immer noch, es gibt ein paar Randbereiche, wo das doch sehr gut funktioniert. Jetzt stell dir mal vor, es gibt ein Sportstudio. Und ein Sportstudio ist ja auch eine Struktur, die irgendwie funktioniert. Und da gibt es auch manchmal Produkte und auch die könnten theoretisch ein wahren Wirtschaftssystem haben. Aber wenn wir jetzt mal ein Stück tiefer gucken, wer ist denn der Betreiber eines Sportstudios? Das ist in der Regel eine Person. Das ist vielleicht auch eine Gruppe von Personen, vielleicht zwei Kumpels oder ein Mann und eine Frau, die ein Sportstudio betreiben. Was ist das Interesse des Sportstudios? Das Interesse des Sportstudios ist, Menschen zu finden, denen sie einen Trainingsraum und vielleicht auch Einzeltrainings anbieten. Jetzt hat das Sportstudio natürlich vielleicht unter anderem das Interesse oder die Möglichkeit, seinen Kunden gewichtsreduzieren. Also hier wird fitter, wird schlanker, wie auch immer. Vielleicht gibt es solche Kurse. Und was sie auch haben, sie haben Trainer, die sie dafür einsetzen. So, jetzt passiert folgende Situation. Jetzt hast du vielleicht in deiner Firma ein Produkt, welches sich eignet zur Gewichtsreduzierung, weil es ein, weiß ich nicht, ein unterstützendes Produkt, und wenn du kein Produkt zur Reduzierung hast, dann passt das jetzt nicht, aber in der Idee kannst du es dir wahrscheinlich vorstellen, was ich damit meine. Und du lernst einen Sportstudio-Betreiber kennen und es war die Person, den Inhaber, den, der das Sportstudio hat. Dann macht es doch vielleicht Sinn, wenn der zu dir sagen würde, ich möchte halt irgendwie mal, ich kriege so wenig Trainer oder meine Trainer wechseln immer wieder. Da wäre es doch total spannend, wenn er eine Art Kundenbindungsinstrument hätte, wie er seine Kunden noch besser bedienen kann und seine Trainer sogar einbeziehen kann in diese Situation. Wenn jetzt der Sportstudio-Betreiber, der bestimmt eine besondere Situation hat, versteht, das Produkt versteht, wenn du mit ihm über dein Produkt sprichst und er dieses Produkt gut findet und er dieses Produkt hervorragend findet, könnte ganz einfach folgende Situation entstehen. Er bietet dieses Produkt im Sportstudio an, er stellt das zum Beispiel auf die Theke. Und die Kunden, die reinkommen, die dort einen Kurs buchen wollen, die werden dieses Produkt doch wahrnehmen. Vielleicht versteht er auch gar nichts. Vielleicht kann der Kunde das da auch gar nicht kaufen, sondern der Sportstudio-Betreiber sagt, ja, wir lieben dieses Produkt, das ist ein ganz besonderes Produkt, das unterstützt das, was du bei uns sagen kannst. Das unterstützt die Fitnesskurse und die Abnehmkurse, die du bei uns machen kannst. Unterhalte dich da mal mit deinem Trainer drüber. Der Trainer wiederum hat sich mit dem Sportstudio-Besitzer auseinandergesetzt und der Sportstudio-Besitzer hat gesagt, du, ich habe da mein Produkt kennengelernt. Das ist wunderbar, das ist ein Network-Marketing-Produkt und das hat dir und dir die Eigenschaften. Ich liebe dieses Produkt, ich habe das Produkt kennengelernt. Ich möchte gerne dich fragen, ob du damit auch einverstanden bist, ob du das Produkt auch gut findest. Weil ein Trainer, ein Personal Trainer zum Beispiel, hat ja selber als Person auch eine Verantwortung gegenüber seinem Kunden. Dann wird der Personal Trainer das Produkt ausprobieren und wird vielleicht sagen, wow, ein cooles Produkt, wunderbar. Jetzt ist der Sportstudio-Besitzer, ist praktisch jetzt ein Partner im Network-Marketing geworden und macht seinen Angestellten oder seinen freiberuflichen Personal Trainer zu einem Vertriebspartner. Was passiert jetzt? Der Vertriebspartner hat mit einem Kunden einen Kontakt und ist vielleicht auch freiberuflich oder wie auch immer mit dem Trainer verbunden und sagt, ich nehme jetzt mal den freiberuflichen den freiberuflichen Network-Marketing-Trainer, der sich mit demjenigen mal im Studio trifft, mal beim Waldlauf, wie auch immer. Und es entsteht eine Verbindung zwischen dem Kunden, der Sport machen möchte und dem Personal Trainer. Und wenn dann der Personal Trainer dem Kunden in einer immer vertrauter werdenden Situation eine Empfehlung ausspricht und sagt, weißt du, wie du dein Gewicht, deine Gewichtsabnahme noch unterstützen kannst? Ich habe ein Produkt aus dem Network-Marketing-Bereich, welches ich liebe und was ich jeden Tag nehme, da sind Aminosäuren drin, ist das drin, ist das drin, wie auch immer und das tut mir gut, probiere das doch mal aus. Dann ist die Chance, dass sich dieser Personal Trainer in seiner Kundschaft, weil da eine Beziehung, eine enge Beziehung entsteht, einen Kundenkreis von Nutzern dieses Produkts aufholt, ist sehr groß. Was wird er jetzt denken? Wie verhält sich jetzt der Personal Trainer? Wie fühlt er sich? Erstmal fühlt er sich gut, weil er die Kunden, die er sowieso hat, die er im Namen des Sportstudios betreut, dass er diesem Kunden etwas anbieten kann, ist cool. Er kann sich damit ein zweites Einkommen aufmachen, das ist cool. Er kann das in absolute Harmonie mit seinem Chef machen, weil der Chef ebenfalls davon profitiert, dass er das tut und der Chef sagt sich, das ist doch ein richtig cooles Bindungsinstrument, weil wenn meine Personal Trainer hier bei mir ihr persönliches Einkommen aufbauen können, weil ich ihnen erlaube, an unsere Kunden, die hier einfach Abo-Karten kaufen oder die auch einfach nur zum Sport gehen, wenn ich ihnen erlaube, das zu empfehlen, dann haben noch alle was davon. Deshalb haben wir da praktisch schon eine Art Mitarbeiterbindungstool, weil das funktionieren kann, weil es bei der Sportstudio nicht in eine Handelsstruktur eingebunden ist, wie ein Rewe oder wie eine Apotheke. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Friseursalons. Du könntest theoretisch jetzt hergehen und kannst sagen, ich habe einen Friseursalon, ich habe fünf Mitarbeiterinnen und wenn du ein Produkt hast, was in irgendeiner Form in den Friseursalon passt und du deine Mitarbeiterin zu deinen Vertriebspartnern machst, dann ist das eine Sache, die hat nichts mit dem Geschäftsaufbau zu tun, sondern es ist eine private Geschichte, dass du dich mit denen verbindest. Du musst natürlich überlegen, ob du vielleicht irgendwann in einen Konflikt kommst. Das ist die Entscheidung der Friseurmeisterin oder der Friseurladenbesitzerin und natürlich auch des Storbsportschulbesitzers, weil wenn du aus arbeitsrechtlichen Gründen irgendwann mal sagst, ich möchte mit den Mitarbeiter nicht mehr zusammenkommen, du hast trotzdem in der Downline quasi trotzdem in der Situation, dass es eine Konfliktsituation gibt. Ja, richtig. Du hast ja halt auch wieder eine Abkürzung und hast einen Weg gesucht, wie du jetzt als Sportschulbesitzer ganz schnell an einen neuen Vertriebspartner kommst, indem du sagst, das gebe ich einfach meinen Mitarbeitern. Ich glaube, ich würde mich dagegen entscheiden, würde das wahrscheinlich vermischen, wie sie bald zu sehen. Aber technisch könntest du sie vermischen, mit dem Menschen natürlich als Privatperson, der du betreibst, einerseits ein Geschäft im Sportstudio oder du betreibst ein Friseursalon, aber du bist ja auch eine Privatperson und du kannst als Privatperson natürlich dir einen Account machen und du kannst auch als Geschäftsaccount dein Network Marketing machen und kannst natürlich deine Mitarbeiter einbinden. Musst du selber entscheiden. Ich glaube, ich wäre da sehr vorsichtig, weil du nie so richtig weißt, wie sich das entwickelt. Aber es kann trotzdem wunderbar funktionieren, dass in einem Friseursalon zum Beispiel du sagen kannst, was auch ihr dürft, während ihr eure Kunden bedient, während ihr die Haare wascht, während ihr ihr Strähnchen macht, da kommt der Gegner viel Zeit bei drauf. Also in der Friseursalon sitzen Damen und Herren, aber Damen sitzen ja manchmal sehr lange dort. In dieser Zeit darfst du auch über deine Produkte reden, weil dann entsteht wieder etwas. Die Mitarbeiterin sagt, boah, wie cool ist es, ich darf in meiner Arbeitszeit, an meinem Arbeitsplatz, mit den Kunden von meinem Chef, ein privates Geschäft betreiben. Ich kann denen von Produkten erzählen, die ich gut finde, die sie vielleicht auch gut finden und ich profitiere davon, aber mein Chef profitiert auch davon. Also haben wir in der Kette alle Spaß daran. Und der Chef könnte jetzt sagen, weil ich meinen Mitarbeitern das anbiete, wollen die auch bei mir arbeiten, weil die verdienen ja gleich zweimal. Die verdienen einmal an der Haarschnitt-Tätigkeit, wo ich sie für entlohne. Sie verdienen aber auch daran, dass sie sich ein persönliches Geschäft aufbauen. Und wenn jetzt die Mitarbeiterin aus dem Friseursalon pfiffig ist und dass ihre Freundin, die in einer anderen Stadt ebenfalls in einem Friseursalon arbeitet, anbietet und die mit ihrem Chef spricht, könnte daraus eine ganz interessante Vertriebskette werden. Das kann funktionieren. Aber das ist ein normales Network-Marketing-Produkt in den Handel zu bringen, ist eine Kollision, die nicht funktioniert, die eigentlich nur zeigt, dass du auf der Suche nach einer Akkursung bist, dir aber über die Systeme keine Gedanken gemacht hast. Und deshalb ist mein Tipp an dich, vergiss den Gedanken, Network-Marketing ist ein Empfehlungsbeschäft, das geht von Mensch zu Mensch, prüfe erst den Bedarf, fang mit Menschen an, in Verbindung zu treten, baue eine Verbindungsqualität auf und wenn die Verbindungsqualität entstanden ist, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, dass du einen Bedarf herausfindest. Da kannst du dich darauf konzentrieren, du kannst das Gespräch in die Richtung lenken, du kannst den Bedarf in die Richtung lenken, in die Richtung Gesundheit, in Richtung Kaffee, in Richtung Reinigung, in Richtung Hundefutter, in Richtung whatever und so wird es sich irgendwann vielleicht ein Bedarf entwickeln und wenn du unser System kennst, weißt du, wir arbeiten mit Reziprozität und irgendwann ist die Gegenseitigkeit gegeben, dass du sagen kannst, du, wenn ich dir für dein Problem, was du mir gerade genannt hast, eine Lösung bieten könnte, würdest du dir das gerne mal anschauen. Das ist der Inhalt von unserem Schulungssystem, vom Success-Bereck, beziehungsweise von der gesamten Networker Herzblut-Denkweise. Das war der Impuls für den Samstagmorgen aus Bad Neunahr-Arbeider in Rheinland-Pfalz und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, hier ist leider Regen, hier sieht es jetzt, so sieht es gerade aus, wenn ich hier auf dem Fenster gucke. Das heißt also, hier ist nicht so doll, aber es ist auch noch früh, wenn wir erstmal vier Minuten nach acht. Schön, dass ihr dabei wart, bitte, wenn das, wenn das in eurem, in eurem, in eurem Downline vorkommt, wenn ihr in eurer, in eurer, in eurer Downline Menschen haben, die auch so etwas tun wollen oder wenn ihr selber manchmal diese Gedanken habt, vergisst diese Gedanken, verteilt dieses Video, lasst dieses Video die Welt mitbekommen und ja, das ist wichtig. Ich habe noch eine Ankündigung und zwar, der für, ich habe ja gesagt, wir machen nach den 90 Tagen Morning Calls, die wir ja vor vier, fünf Tagen beendet haben, machen wir eine große Zusammenfassung, eine große Ankündigung. Ja, wir haben jetzt gestern den Termin fix festgelegt, weil mich viele schon gefragt haben, wie soll das funktionieren. Es wird am Sonntag nächste Woche stattfinden. Und zwar am Sonntag nächste Woche gibt es zwei Spezialveranstaltungen, die eine ist um 10 Uhr morgens, also am 19. Mai um 10 Uhr morgens und gleichzeitig, wir wiederholen das abends, aber ich mache es dann trotzdem live, nochmal am 19. Mai um 20 Uhr, also um 10 Uhr und um 20 Uhr am 19. Mai gibt es einen Sonder-Facebook-Live und das findet ebenfalls hier statt. Das findet ebenfalls hier statt. Ihr könnt also alle, wenn ihr jemanden einladen wollt, hier einladen. Wir haben uns gegen einen Zoom-Call entschieden. Wir haben gesagt, wir machen das trotzdem hier mit Sie auf und daher einen Spezial-Call, den ihr nicht verpassen solltet mit vielen Ankündigungen. Nächste Woche Sonntag um 10 Uhr und nochmal abends um 8 Uhr, damit möglichst viele dabei sein können und ich freue mich, wenn du ganz viele Leute einlädst, wenn du das besonders promotest und 10 Uhr und 20 Uhr nächsten Sonntag. Freut euch drauf, da gibt es einiges an Überraschungen und ich würde das nicht verpassen wollen. Ich freue mich, wenn ihr das jetzt teilt und wenn ihr schön in die Welt geht, mir viele Likes schickt und ein wunderbares Wochenende habt. Vielen Dank für euch, vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. .